hallo und herzlich willkommen in neue woche für heute wieder sehr sehr einfaches muster für euch muster der aus drei maschen besteht und vier reihen du kannst dieses muster aus zwei reihen stecken wie zeige ich dir das gleich du musst nicht firma reinstecken die geraden reihen das heißt die zweite und die vierte und 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 strickst du so wie die maschen erscheinen und die erscheinen als linke maschen die strickst du dann nach links wenn du jetzt in runden strickst strickst du auch wie die maschen erscheinen aber die erscheinen nach rechts also strickst du alle nach rechts viel muss ich zu diesem muster nichts sagen ich habe natürlich keine skizze weil das ist das blödsinn wenn ich hier euch jetzt noch eine skizze dazu gebe das ist wirklich kinderleicht und das würdest du sehen wenn wir das jetzt zusammen stricken ich habe hier schon vier reihen gestrickt und jetzt strecken wir zusammen ab der erste reihe wieder die die erste masche ist die randmasche also maschenzahl teilbar durch drei plus zwei randmaschen wenn du in runden strickst hast du keine randmasche die erste ist die randmasche dann die erste masche stricken wir nach rechts die zwei nächsten maschen da schieben wir verschränkt unsere rechte stricknadel unter den zwei nächsten maschen holen den faden aber die zwei maschen bleiben auf der linke stricknadel jetzt die rechte stricknadel schiebst du wieder unter der erste masche verschränkt holst den faden und erstmal jetzt die linke stricknadel rausschieben und das war unser rapport also eine rechts zwei verschränkt aber die bleiben noch auf der linke stricknadel dann die erste verschränkt und erst mal jetzt loslassen und wieder eine rechts zwei verschränkt erste verschränkt und die linke stricknadel rausholen rechts zwei verschränkt eine verschränkt und fertig und das ganze noch einmal eine rechts zwei maschen verschränkt aber die bleiben auf der linke stricknadel eine verschränkt und jetzt die linke stricknadel rausschieben und die linke masche ist meine randmasche dann wendest du die arbeit wenn du in runden strickst wendest du natürlich nicht die arbeit da strickst du alle maschen rechts und wenn du mit zwei stricknadel strickst strickst du alle maschen in den geraden reihen nach links die dritte reihe und jetzt möchte ich dir sagen entweder machst du dein muster nur aus zwei reihen das heißt du fängst wieder an mit randmasche eine masche rechts und zwei verschränkt oder du machst das so wie ich das heißt eine masche ist die randmasche die erste reihe haben wir du weißt gestrickt erste rechts und dann die zwei und jetzt stricken wir die ersten als erste und wieder und loslassen eine rechts und wieder oder du strickst das so wie ich dann hast du natürlich vier muster reihen und das ganze wiederholst du eine rechts ich verwende jetzt diese muster ich strick für mich ein ich wollte ich weiß noch nicht ich bin noch nicht so weit aber ich glaube ich würde mir ein ein pullover mit kurzen erben stricken und wenn das fertig ist dann kann ich euch das zeigen und noch einmal und dann siehst du am ende hast du eine rechte masche und die randmasche jetzt wendest du die arbeit und dann hast du jetzt die vierte reihe und die vierte reihe strichst du alle maschen nach links wenn du in runden strickst strickst du alle maschen nach rechts also dieses muster kannst du auch in runden verwenden das ist egal ganz tolles einfaches muster von von allem das ist ganz einfach ich würde für mein pullover noch ein muster oben verwenden den zeige ich euch auch demnächst wenn ich schon so weit bin das war's schau mal so sieht das ganze aus es ist ganz zartes muster kaum zu sehen aber viel schöner als nur mit rechten maschen zu stricken das war's meine lieben ich hoffe das gefällt dir typisch für anfänger muster obwohl ich kein anfänger bin verwende ich das auch wie du gesehen hast das ist im grunde genommen egal ich wünsche euch ein schön muss muster einen schönen montag und bis zum nächsten mal bis mittwoch ich sage danke schön tschüss eure mira